Ich brauche einen Stift! Stift! Hallo liebe Leute, willkommen zum ersten richtig geplanten Informationsvideo. Es erscheint wie im Uploadplan, ich habe jetzt nichts geplant. Das einzige was ich sagen will, aber das kommt eher alles noch zugeflogen, während ich das gerade erzähle, kommen so viele Informationen da rein, das glaube ich gar nicht. Tagesordnungspunkt 1. Am Dienstag, den 23.09. spiele ich mit euch, wenn ihr mitmachen wollt, Battlefield 4. Hier unter dem Video steht mein Origins-Name, edit mich einfach. Edit mich einfach und joint mir danach. Ich spiele Dienstags am 23.09. von 17 bis 18 Uhr. Also werde ich aufnehmen, vielleicht spiele ich noch darüber hinaus, man weiß es nicht. Battlefield... Handy! Immer wenn ich... Ich mache es kurz lautlos. Schreibt hier unter dieses Video, unter dieses Informationsvideo, wenn ihr mitmachen wollt. Und dann trage ich euren Kanal ein. In die Beschreibung dann. Ich trage aber nur die Kanäle ein, die hier drin stehen. Und auch nur die, die bis zum Dienstag sich eingetragen haben. Wer danach schreibt, ich war dabei, nicht dabei war, der lügt. Kurz in meinen Kalender reinschreiben. Mit meinen Freunden Battlefield spielen. Hihi. Haha. Herzchen. Und ich muss neue Dittlblätter kaufen. Jetzt mal im Ernst, ich muss es wirklich aufschreiben. Ich habe es nur hingemalt. Also hingekritzelt. Moment. Fettes Ausrufezeichen. Äh, mit, äh, einem Dreieck mit dem Ausrufezeichen drin. Vorsicht, heißt das. Obacht. Ja? Ich habe so viele Informationen gehabt, die ich alle schon wieder vergessen habe. Moment. Bald sind die 1000 Abonnenten erreicht. Das wird schon, äh, freu ich mich schon ein bisschen drauf. Na, was sagt ihr zu den Thumbnails? Ganz schön cool ausgeschnitten, gell? Ich weiß. Also da übertreffe ich mich oft selbst. Hi. Ich habe keine Nase. Schaut mal. Ein Plan von meiner Süßen. Kann man das lesen? Ne, ne? Teppiche saugen. Unter anderem im Bad. Ja? Muss man manchmal machen. Information, Information fließt in mich hinein und dann aus meinem Mund heraus. Wie widerlich. Zwischen Skyrim und Fallout New Vegas steht, ist gerade, steht gerade unentschieden. Also welches, was soll ich denn das davon machen? Entscheidet euch. Ihr müsst dann noch irgendwie, jemanden muss dann noch abstimmen. Bitte. Aber unter dem Video, unter dem letzten Informationsvideo, wo ich das eben sage, dieses zockt mit mir oder so. Da, bitte abstimmen. Oder komm, schreibt es auch hier rein. Ich rechne es dann rum. Eins im Quadrat mit verglichener, äh, in der Tasse. Ja? Also ich schaffe das schon. Und ich kann rechnen. Ein bisschen. Ach, an der Stelle schaut mal bei Hey Stan vorbei. Verdammte Scheiße. Los, los. Sofort vorbeischauen. Alle, die gerade gucken. Hey Stan. Hey Stan. Da ist er. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Auf meine Pickel. Auf meine Pickel. Fress. Okay, ja. Ähm. Ah, fuck. Ah. Ha, ha. Na, ich weiß, ich bin cool. Hm, na. Ich brauche einen Stift. 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 Was glaubt, wie oft ich das jetzt drehen muss, damit ich die ganzen Fehlversuche habe? Weil ich habe immer getroffen. Man muss mal lange filmen, bis man mal so einen Fail hat. Na, das war es soweit von den Infos. Mittwochs. Ah. Ne, es war noch nicht soweit. Hört auf. Mittwochs. Mittwochs. Ähm. Hat Wallen mir einen Tipp gegeben. Einfach Real-Life-Video. Mach ich. Real-Life-Video oder irgendwas, was halt gerade sowas Spezielles oder so. Kommt dann Mittwochs. Irgendwas ganz Spezielles. Schniedel auf den Tisch hauen oder sowas. Ne, das kommt freitags. Das kommt gar nicht. Hey. Ich kann das Mädels direkt. Uuuuh. Ich hau. Äh. Hey. Moment mal. Ich bin überblendet. See ya. Na, bap. Moment. Eine Sache noch ganz wichtig. Ich habe euch doch gefragt im 700-Abonnenten-Special, wie ihr jetzt heißen wollt. Bros and Sis. Sag ich ab jetzt. Hey, Bros and Sis. Ihr könnt jetzt nochmal sagen, ob das gut ist. Bros and Sis. Hey, Bros and Sis. Willkommen zu einer Dummschmätzer-Folge. Hey, Bros and Sis. Willkommen zu einer Kartoffelfolge. Ist es gut? Brüder und Schwester-Tan. Allerhaupt dann. Oh Gott. Was ist mit der Sonne los? Es ist schon ganz wenig. Es geht nicht weniger. Die ist mir einmal zu oft runtergefallen. Guck mal, mein Auge ist weg. Guck mal. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und sag nochmal, ob Bros and Sis gut ist. Bis dann. Wups. 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 Wups.